Das Ding ist schon ein Karwenzmann, ey. Eieieiei. 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 Hey und servus zusammen zum heutigen Video und zu einem Video, was wieder ein bisschen anders wird als die gewohnten. Ich habe ein neues Rad dabei, das kommt ja öfter vor hier auf dem Kanal. Allerdings seht ihr vielleicht schon hier von vorne und habt es im Intro gesehen, die Kiste ist vollkommen wild und ganz anders als alle Räder, die ich sonst in letzter Zeit vorgestellt habe. Ich bekomme sehr viele Anfragen aus Asien von allen möglichen Herstellern, ob ich denn denen ihre E-Bikes testen will, auf meinem Kanal vorstellen will und so weiter. Ehrlicherweise lehne ich eigentlich alle davon ab. Mache ich nie, passt irgendwie einfach nicht, ich weiß nicht richtig, was ich mit den Kisten so anstellen soll. Aber die Firma Himiway ist hier auf mich zugekommen und hat gesagt, ey wir haben das Zebra, hast du Bock? Wir schicken dir mal eins vorbei, kannst du ausprobieren. Ich habe da auch ganz, ganz, ganz lange überlegt, ob ich das überhaupt machen will. Aber irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich dachte, geil, ich habe hier einen Einsatzzweck für das Rad oder könnte es mir vorstellen, dass es da funktioniert. Und zwar ist es beim Trail bauen bzw. Trail pflegen. Ich habe dann so ein bisschen rumgebastelt, mir das so ein bisschen ausgestattet, dass es irgendwie passt und muss jetzt sagen, ja, es würde jetzt so weit gehen. Ich habe bisher noch nicht viel damit gemacht. Ich bin jetzt insgesamt fast 200 Kilometer damit schon mal gefahren. Aber auf dem Trail bzw. für so ein bisschen Trail building, Trail pflegen und so habe ich das noch nicht benutzt. Von dem her, ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt erstmal hier das Werkzeug, stell das Himiway an die Seite und dann mache ich mal dieses ganze Laub weg, was hier in den Anlegern liegt, dass man hier, sobald es warm wird, wieder perfekt fahren kann. Ich habe mir, was nicht standardmäßig war, hier hinten so ein paar Schellen dran gebohrt an den Gepäckträger, um dann hier auch easy peasy Werkzeug zu transportieren. Hier habe ich noch so eine Kiste bzw. einen Anhänger von Himiway und da kann ich Sand und so ein Zeugs reinpacken oder mal ein paar Steine, wenn ich irgendwo welche brauche. Boah, schauen wir mal, wie sich das schlägt im Einsatz hier, weil das muss schon ein bisschen was aushalten, wenn das hier im Wald am Trail bauen, am Trail pflegen ist. Alrighty, jetzt fangen wir mal an, machen wir mal hier ein bisschen Glarschiff und ein bisschen Laub weg. Was ich auch noch interessant fand an der Kiste, weil ich gerade hier daneben stehe, ist im Grunde der Akku 960 Wattstunden. Fand ich dann schon interessant, weil damit ist auf jeden Fall einiges drin an Reichweite und man kann hier natürlich auch das Ding relativ gut nutzen, hier zum Basteln, zum Bauen. Was mir nur jetzt bei den ersten Metern schon aufgefallen ist, berghoch, die sieben Gänge sind dann doch schon knackig, also da muss man schon ordentlich in die Pedale treten, dass da was geht. So, die erste Kurve haben wir schon mal laubfrei. Jetzt würde ich sagen, spannen wir das Ding drauf und fahren an die nächste Stelle, die relativ voll mit Laub ist. Let's go! Ich bringe jetzt mal den Anhänger wieder weg, weil heute kann man eh keine Erdarbeiten machen und der klappert sich da hinten einen ab. Ach, wie wunderbar leise das jetzt ist ohne den Anhänger. Fährt sich auch eine Ecke besser berghoch. Ich würde ehrlicherweise auch sagen, das Rad hat seine Stärke eher in der Ebene als in richtig bergigen, hügeligen Gelände. Da ist es aber irgendwie, fährt sich ganz gut, trotz der dicken, fetten, breiten Reifen lässt sich da ganz angenehm steuern und fahren und ich finde im Vergleich zu einem anderen Trekking, was ich mal fahren durfte, was hinten einfach keine Federung hatte, aber auch dünnere Reifen, bietet so ein Fettbike schon auch am Heck viel Komfort. Also bei den Runden bin ich bisher wirklich gerne gefahren. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Ich habe mit dem Rad jetzt auch mittlerweile wahrscheinlich über 200 Kilometer, also bin es auch wirklich in der Ecke mal gefahren, auch ein paar Touren im Flachland. Und da ist es geil, vor allen Dingen angesichts des Preises. Überlegt, für knapp über 2k kriegt man schon eigentlich eine Bike mit ausreichenden Komponenten für den Einsatzzweck, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und einem verdammt großen Akku mit relativ viel Reichweite. Natürlich auch wieder Fettbike-Reifen ziehen bis zum Akku, aber 960 Wattstunden, die musst du erst mal leer saugen. Jetzt machen wir mal die Dropper-Post hier so weit nach unten, wie es nur geht. Ab jetzt geht es auch bergab. Also nachher fahre ich hier auf jeden Fall noch mal runter ohne das Werkzeug. Das lasse ich dann auch weg und fahre einfach nur mal so eine entspannte Runde Himmiway. Hier haben wir noch ein bisschen was. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen das ganze Laub noch weg, was hier so liegt. So, hier ist alles wunderschön gecleant. Da muss wohl jemand in letzter Zeit mit dem Laubbläser mal durchgegangen sein. Richtig geil. Also sowas in der Art ist für Himmiway auf jeden Fall schon mal nix. Auch wenn das hier ein kleiner, kleiner Drop ist, aber das Rad ist dafür auf jeden Fall nicht gemacht. Aber bisher kann ich auf jeden Fall nicht meckern, was so die Haltbarkeit und so angeht. Also hatte keine Probleme bisher. Ist halt auch einfach kein absolutes High-End. Das sollte irgendwie klar sein. Und das ist ein anderer Einsatzzweck. Interessant ist hier der Nabenmotor, der hier hinten verbaut ist, bin ich bisher auch ehrlich gesagt noch nie gefahren. Sondern immer nur einen ganz klassischen Mittelmotor. Es sieht auch im ersten Moment so aus, als wäre hier ein Mittelmotor drin. Ist aber nicht. Keine Ahnung, was die da reingepackt haben. Aber ja, ist hier ein Nabenantrieb. Fährt sich auch ein bisschen anders her. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist schon irgendwie ein bisschen ungewohnt, damit zu fahren. Aber wie gesagt, für die Straße, für Feldwege, Forstwege auf jeden Fall mehr als ausreichend. Da unten wird jetzt erst mal getauscht. Dann kommen die Schippen hinten runter. Und dann kann man hier auf jeden Fall auch mal ein bisschen entspannter noch runterfahren. Ich hoffe auch mal an diejenigen von euch, die mir auch schon länger folgen und sich natürlich für das Thema EMTB interessieren, dass ihr trotzdem Spaß hattet bisher mit dem Video. Es ist halt einfach mal was ganz anderes. Auch in Bezug auf Preis. Die vergangenen Räder waren ja allesamt echt teuer, die hier auf dem Kanal liefen. Und das Rad ist halt ein ganz anderer Einsatzzweck. Wenn ich jetzt jeden Tag so Wege in die Arbeit fahren müsste, so Waldwege, die so ein bisschen hoppeln und so 10, 15, 20 Kilometer oder sowas hätte. Und trotzdem Komfort will, trotzdem Licht, Schutzbleche etc. pp. Aber ja, einfach nicht so fettes Budget am Start habe, dann ist das eigentlich keine schlechte Überlegung, muss man sagen. Es muss halt auf jeden Fall so zum Einsatzzweck passen. Es ist kein Trailbike. Ist klar. Nichtsdestotrotz fahre ich jetzt auch mal ohne die Schaufel und ohne die Rechen über ein Trail. Allein um zu gucken, wie läuft das Ding und ich habe es ja am Anfang schon gesagt und das ganze Video hat es gezeigt. Es soll ja bei mir auch ein Trailbilder-Bike oder Trailpflege-Bike sein, womit man auch mal einen Stein von A nach B transportieren könnte. Mal ein paar Meter weit oder ein bisschen Sand. Wenn du hier jetzt mitten im Wald bist, kannst du auch nicht mit dem Anhänger, mit dem Auto irgendwie ran. Von dem her könnte es dafür schon ganz praktisch sein, aber ist natürlich nichts für die Mountainbike-Runde. So durch den Matsch wühlt es sich ja schon ganz lustig. So jetzt muss ich aber noch mal eins, zwei Sachen pimpen. Das heißt eins, zwei Sachen. Jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich den Sattel hier mal... Oh, guck mal. Guck mal. Ein bisschen höher mache ich den. Ich habe so jetzt Angst, dass ich mich am Ende hinten auf diese Schellen irgendwie setze. Das wäre schlecht und wahrscheinlich schmerzhaft, vermute ich mal. So, dann wollte ich hier nochmal checken, dass soweit alles passt. Ja, ja, ist alles fest, passt. Federgabel kann man hier auch einmal sperren, dann geht nichts mehr. Und einmal öffnen, dann geht ein bisschen was. Und ja, für die Abfahrt passt das. Hier sieht man noch mal Shimano Altos hier hinten. Sieben Gang. Dicker fetter Gepäckträger. Ordentlich Weißnäte. Hohohoho. Das Ding ist schon ein Karwenzmann, hey. Ei, 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 ei. Rollern wir mal rein in den Trail, würde ich sagen. Trotzdem immer noch mal ein bisschen entspannt. Übertreiben müssen wir es auch nicht. Weil kaputt fahren will ich das Bike nicht. Und es ist ja offiziell auch nicht für so Mountainbike-Stuff gebaut. Von dem her wollen wir das Ding auch nicht malträtieren. Wir heißen ja auch nicht Sam Pilgrim. Haha. Hier so in Kurven fühlt sich so das Fettbike krass an. Kommt es mir vor, als ob du dich gar nicht richtig reinlegen kannst. Den traue ich mich auch nicht, obwohl der nicht so hoch ist. Oh, oh. Ui, den mussten wir mitnehmen. Ei, ei, ei. Da bin ich irgendwie drauf zugefahren, obwohl ich es nicht wollte. Hahaha. Den rechten nehmen wir auch nicht, aber den hier. Komm, den nehmen wir auch mit. Hahaha. Mann und Mann und Mann, ist das Ding schwer. Oh. Hahaha. Jucke, Jucke, Jucke. Oh. Hahaha. Was ist denn da los, ey? Überall schön laubfrei. Perfekt. Jetzt muss es ein bisschen abtrocknen, nur ein kleines bisschen. Das ist eigentlich schon fast perfekt. Und vielleicht muss man hier andere Belege reinbauen, die nicht ganz so viel quietschen. Aber Leistung hat die Bremse jetzt auch schon für das Ding. Ist halt jetzt keine MP7 oder eine Saint oder eine XC oder irgendwie was. Aber keine Ahnung. Also für hier langt das doch im ersten Moment aus. Oder jetzt hier durch. Hahaha. Oh mein Gott, ey. Der größte Vorteil heute ist auf jeden Fall bei den Matchpassagen. Ich werde halt einfach nicht so richtig dreckig, ne? Ist schon auch geil. Boah. Uiuiui. 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 Auch wieder Faltelein. Hahaha. Mega geil. Das war die heutige Runde. Bisschen was anderes als sonst mit dem Trekkingbike hier von Himiway. Aber wir haben was Gutes getan, würde ich sagen. Wir haben den Trail hier ein bisschen gepflegt, haben das Laub entfernt. Jedenfalls stellenweise. Und, wichtig, hatten wie immer eine ganze Menge Spaß. Darum soll es gehen. Wenn ihr Bock drauf habt auf so einen Himiway, ich hau mal so einen Link in die Videobeschreibung. Schaut es euch an. Für die von euch, die oft pendeln, ein E-Bike suchen, was knapp über 2.000 Euro kostet. Nichtsdestotrotz einen großen Akku hat. Checkt es mal aus. Schaut da mal rein. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt den Hobel. Werf das Ding nochmal an. Roll die letzten Meter runter. Und das war's. Leute haut rein. Danke, dass ihr dabei wart. So. Komm mal. Ständer eingefahren. Und dann rumpeln wir nach unten. Ciao, ciao. Weil es bei euch alle gängig waren. Der war in怪 Rolex. Wir də와un fragt bei euch. Hey. Untertitelung des ZDF, 2020